Freiheit hat verschiedene Bedeutungen. Für uns bedeutet Freiheit, auf unseren Motorrädern über Stadt- und Landzugrufen, auf dem Skateboard oder Surfboard unsere Grenzen auszutesten und offen zu sein für Abenteuer, sei es nur im Kopf, allein oder auf Reisen mit Freunden oder Familie. Motorradfahren, Wellenreiten und Skateboardfahren haben sehr viel gemeinsam. Man ist in der Natur, kann sich messen oder sich einfach nur treiben lassen. Man kann es alleine machen oder gemeinsam mit Freunden. Man kann seine Fantasie in die Bewegung des Sports oder in den Umbau seines Motorrads einfließen lassen und somit stets einzigartig sein. Die intensive Leidenschaft, das Streben nach Abenteuer und das Gefühl von Freiheit begleitet dich stets dabei. Wie ist denn? Juni Nordrads contemplation ob du ein Profi bist oder wie wir es einfach nur zum Spaß machst. Es müssen nicht die schnellsten Kurven mit dem Motorrad, die schwierigsten Skaper-Tricks oder die höchsten Wellen sein. Es ist egal, was die anderen sagen. Man soll sich aber selbst immer treu bleiben. Freiheit heißt auch, andere gewähren zu lassen und tolerant zu sein gegenüber dem, was einem fremd ist. Wichtig ist auch nicht, wer du bist, woher du kommst, wie alt du bist. Wichtig ist nur, dass du Spaß an der Bewegung am Erleben hast. Egal ob auf dem Motorrad, dem Skateboard, dem Surfboard oder bei einem Spaziergang durch den Wald. Leben ist erleben. Je härter die Herausforderung, desto intensiver das Gefühl, sie gemeistert zu haben.